Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 19. Januar mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Mittag hat uns die Nachricht erreicht, dass im Südviertel ein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde. Der Fundort der amerikanischen 5-Zentner-Bombe war an der Sachsenstraße. Weil der Baggerfahrer auf der dortigen Baustelle die Bombe massiv bewegt hatte, musste die B224 direkt gesperrt und das Berufskolleg in der Nähe direkt evakuiert werden. 300 Anwohner mussten etwas später die Wohnungen verlassen. Auch die A40 und die Bahnstrecke in der Nähe müssen kurz vor der Entschärfung gesperrt werden. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht passiert. Auch der Bombenentschärfer Frank Stommel muss deshalb erst mal warten. Mir ist richtig kalt. Thermo- und Wäscheuntergreifen haben wir heute nicht angezogen. Aber wir halten uns mit Kaffee warm und setzen uns zu meins Auto. Wann die Sperrungen beginnen und wann die Bombe entschärft ist, lest ihr ganz aktuell in unserem Live-Ticker auf radioessen.de. Mit einem Panzer und einem Hubschrauber hat die Polizei in Freisenbruch und Altendorf Gebäude gestürmt. Dabei hat sie viele Drogen, 50.000 Euro Bargeld und Waffen sichergestellt. Die Polizei hatte im Vorfeld Waffen und Sprengstoff in den Anwesen vermutet und war deshalb mit Spezialeinheiten und dem Panzer angerückt. In den Häusern fanden die Einsatzkräfte dann ein Sturmgewehr, ein Scharfschützengewehr und mehrere Pistolen. Außerdem entdeckten sie eine mutmaßliche Waffenwerkstatt und Munition. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt zwölf Verdächtige festgenommen. Jetzt werden die Beweise ausgewertet und dann müssen diese zwölf Verdächtigen eventuell in Untersuchungshaft. Essen hat die Marke von 50.000 Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie gebrochen. Die Zahlen steigen wegen Omikron aktuell immer weiter. Im Nordviertel liegt die Inzidenz heute das erste Mal über 1.000. Auch Bocholt, Leite und Altendorf sind stark betroffen. In Bifang, Fischlaken und Überruhr gibt es dagegen noch eine verhältnismäßig niedrige Inzidenz. Weil in den einzelnen Stadtteilen nicht so viele Menschen wohnen, können die Inzidenzzahlen dort allerdings sehr schnell rauf und runter gehen. Alle Essener Zahlen rund um Corona gibt es auch auf radioessen.de. In unserem radioessen-Experten-Talk gestern Abend haben die Mediziner der Kliniken Essen-Mitte wegen der hohen Corona-Zahlen davor gewarnt, Omikron zu unterschätzen. In den Krankenhäusern liegen aktuell zwar insgesamt nicht mehr so viele Corona-Patienten, für Einzelne ist das aber keine Entwarnung, sagt Corona-Einsatzleiter Andreas Grundmeier. Natürlich machen die meisten Menschen das eben entsprechend leicht durch, aber es gibt immer noch viele angreifbare Gruppen in der Bevölkerung, die können sich nicht wehren, die können sich nicht helfen und die haben weiterhin auch schwere Verläufe. Auch gegen Omikron hilft vor allem Impfen, sagen die Experten aus Huttrop. Sie setzen aber zusätzlich auch auf ein neues Medikament gegen Corona. Im radioessen-Corona-Talk haben die Experten unter anderem auch über eine Entspannung im Frühjahr gesprochen, gibt es zum Nachhören auf radioessen.de. Weiter sehr angespannt ist die Situation rund um Kontaktverfolgungen in der Corona-Pandemie. Die Verfolgung von Corona-Kontakten soll bei uns in Essen deutlich einfacher werden. Wer positiv getestet wird, bekommt von der Stadt ab Montag eine SMS mit einem Link. Da sollen die Menschen selbst eintragen, mit wem sie in letzter Zeit engeren Kontakt hatten. Das hat zuletzt das Gesundheitsamt am Telefon geklärt. Es gibt aber aktuell so viele Fälle, dass die Mitarbeiter das nicht mehr schaffen können. Für diese neue SMS braucht die Stadt natürlich auch eine Handynummer. Die meisten geben die ohnehin an, wenn sie sich an der Teststelle testen lassen. Alle anderen sollten das ab jetzt tun, heißt es. Auf der Dilldorfer Höhe in Kupferdreh wird eine neue große Kita gebaut. Dort sollen später bis zu 70 Kinder betreut werden. Über der Kita entstehen neue Wohnungen. Außerdem kommt in dem Haus auch der beliebte Kiosk auf der Dilldorfer Höhe unter. Die neue Kita soll Mitte nächsten Jahres fertig sein, der Rest ein paar Monate später. Auf der Dilldorfer Höhe wird schon seit vielen Jahren gebaut. Früher war auf dem Gelände eine Kaserne. Und das war überregional wichtig. Die westlichen Länder sind weiter um eine Entspannung im Ukraine-Konflikt bemüht. Kiew fordert weiter Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine. Es geht um Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme. Obwohl die Bundesregierung diese Waffenlieferungen ablehnt, hat der ukrainische Botschafter in Berlin die Forderung erneut geäußert. Sie seien nötig, um die Kosten für einen möglichen russischen Einmarsch in die Höhe zu treiben. US-Außenminister Blinken drohte Russland unterdessen mit heftigen Wirtschaftssanktionen, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Abend ist es weiter wolkig und es fällt Regen bei uns in Essen. Es kühlt sich auf zwei Grad ab. Morgen dann ziemlich wechselhaft und vor allem windig. Nur zwischendurch kommt die Sonne mal durch. Dazu höchstens fünf Grad. Am Freitag wird es dann kälter. Alle Nachrichten aus Essen und vor allem zur Bombenentschärfung im Südviertel könnt ihr auf radioessen.de nochmal nachlesen. Da haben wir natürlich auch den Live-Ticker zur Bombenentschärfung online gestellt. Ich bin Julian Schildheuer und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.